infiziert daher haben manche Leute noch versucht ein bisschen aufzuräumen, aber anscheinend hey so you want to talk about it about what about what happened back there in the attic no you sure man I mean rivers right up ahead son of a bitch that bastard's fucking with us again it's another trap no listen that's not the same bell as before this one's further off whatever it is it's gonna get the dead moving over there what in the hell is going on I don't know but the person ringing that bell might be doing us a favor whatever man I find whoever's doing that I'll ring their motherfucking bell for them good one let's keep moving das könnte uns weiterhelfen still nothing moving behind us I think we're oh my god there's gotta be a boat there's gotta be are you sure about that doesn't look like it to me maybe we need to start thinking about a plan B this is the plan Lee this is our best and only shot you said so yourself back at the house you agreed with me yeah but that was before we this one might still be salvageable you better be right about this I said it might be me a fucking break I'm a fishing captain not a miracle worker I'll check it out you look further along the waterfront maybe there's something at the other end I don't think we should split up too far we don't have to see that telescope you can see all the way along the waterfront from right here see what you can find okay okay tja das könnte noch funktionieren das könnte an abandoned newsstand it's an old cash register that much use these days must have taken weeks to board up all these windows tja hat anscheinend nicht viel genutzt looks like the whole city has been boarded up for all the good it did what the hell are these markings they're all over the place could be military tags but what do they mean what the fuck what is this meant to be some kind of warning what do something like this tja da kann man nicht mehr viel erkennen this barricade does a good job of making me not want to go any further tja wir könnten better not gunfire would just bring more walkers hm na gut geht's denn hier noch weiter rein ne dann gehen wir nochmal zurück und schauen uns hier mal noch ein bisschen um und schauen uns hier mal noch ein bisschen um ein bisschen was herbekommen im geld hm du hast dir eine Karte auf dich? ich habe nicht viel benutzt für kleine Veränderungen diese Tage vielleicht kannst du einen auf der Straße irgendwo finden aber ich suche doch jetzt nicht die ganze Straße ab hm 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 Es sieht aus, dass es noch enttäuscht ist. Locked. Da haben wir doch ein bisschen Kleingeld gefunden. Ja, da hat sich jemand bedient. Wir gehen mal hier unten weiter. Was ist mit dem Boot? Es wird nicht funktionieren. Hulls kracken unter dem Wasser, und jemand hat die Batterie entfernt. Du kannst es nicht fixieren? Was ist das? Was ist das? Ein Vergnügen weniger als die Todes. Hmm. Abandone, wie jeder andere Ort in dieser Stadt. Naja, das glaube ich dann auch nicht. Nichts? Nichts alles außer Wasser. Nichts zu pelo apple. Nichts, unser Boot zu sehen. Guck! Was das? Geh runter, geh runter! Lass uns das ist. Wer ist das? Ja, vielleicht ist er nicht. Vielleicht ist er der Mann auf der Radio, der mit Clementine hat. Du willst nicht wissen? Denn ich will wissen. Okay, du gehst auf der Mitte der Straße. Ich gehe nach der Seite, schaufe deinen Flank. Wir kommen auf ihn, schaufe ihn mit der Überraschung. Wir wollen nur mit diesem Mann sprechen. Oh, wir werden sprechen. Was? Ninja. Ich habe doch... Nein! Wo kommt Clementine jetzt her? Bitte, ihn nicht schaufe! Du bist nicht von Crawford. Crawford? Was bist du denn? Kenny, nicht! Er ist mit uns! Nein, er ist mit uns! Wer sind die Leute? Kenny, zurück! Unless du willst du diese Frau, die dir einen anderen Arschwuppen geben? Wer bist du die Frau? Die Name ist Molly. Molly? Ich bin Lee. Das ist Kenny und Clementine. Wir sind keine Probleme. Hi! Haha. Ihr seid wirklich nicht von Crawford, seid ihr? Ich weiß gar nicht, was das ist. Alles außerhalb dieser Barricade. Was ist hier passiert? Ihr seid sicher, ihr wollt wissen? Als alles angefangen zu gehen, einige Leute zusammengekommen, und die ganze Stadt entdeckten, das ganze Stadt. Leute, die bereitstehen, um alles zu bleiben, um zu bleiben, um die Menschen zu bleiben. Ich versuche, sie zu vermeiden. Warum? Wir sagen, sie haben eine Zero Toleranz-Policy, für jemanden, die nicht, oder nicht, leben durch ihre Regeln. Also, wie du wissen, wir sind nicht sie? Weil es keine Kinder in Crawford gibt, nicht mehr. Sie wissen, wer hat die Bellen über die Stadt geklärtet? Ja, das wäre ich. Ich wusste es! Lee, ich wusste sie, die uns folgen hat! F***ing mit uns! Get das Finger aus meiner Gesichter, Grandpa, bevor ich es direkt auf deine Ass. Ich habe nicht folgen, ich weiß gar nicht, wer die Leute sind. Calm down, Kenny. Die Musik auf der Radio war ein Mann, weißt du? Ja, also, wer du bist, die Bellen heute Morgen hat uns alle getötet. Wir haben die Menschen alle um uns. Das ist die Idee, Genie. Das ist so, wie ich mich um. Ich ringe eine Bellen in einer Nähe, um die Leute zu beobachten, um die Leute zu beobachten, um die Leute zu beobachten. Geeks? Das ist das, wie sie sie? Ja, wie bei der Karneval, alles, alive oder tot. Ja, das ist ziemlich smart, die Bellen. Das ist nicht viel zu beobachten, die Todes. Sie müssen einfach schnell gehen, nachher und nachher, bevor sie wieder zurückkehren. Was bedeutet, keine Kinder? Warum nicht? Keine Kinder, keine Kinder, keine Kinder, keine Kinder, keine Medikation mit einer Medikation, keine Kinder, keine Kinder, die mögliche zu sein, auf die Gemeinde. Crawford. Crawford's all about the survival of the fittest. That's how they survived, while the rest of the world went to shit around them. Jesus Christ. Well, just the opposite, when you think about it. what exactly did Crawford do with all these burdens? What happened to them? Well, you met some of them already. Fuck me. Yeah. Anyone who got sick, anyone too old, anyone they figured wasn't strong enough to survive. To them, those people were just mouths to feed, a drain on their precious resources. How do you know all this? Everyone in Savannah knew. What was going on inside Crawford got passed around like a ghost story. except this one was true. Look, I'm gonna ask you people again. You're not from Crawford, so who the hell are you? What are you doing here? Such nach einem Boot. Came down here looking for a boat. Hoping to get our people out of here and find someplace safe. Yeah, good luck with that. Anyone with a boat took it out of here as soon as people started eating each other. Any that got left behind, Crawford stripped them for parts. Cars too. There's gotta be something. If there was, do you think I'd still be here? I've been over every inch of this city. this whole place is picked clean. God damn it. Fuck! Hey, moron. You wanna keep your voice down? Shit. Since you're not getting on any boat, I'd advise you folks to go back to where you came from before- Great. Just great. Great. Just great. Isn't that the- The way we came. Fuck. Gunshot must have brought him back. Isn't there another way back to the house? Molly, is there a- Hey! You're just gonna leave us here? Sorry. I must have missed that part of our conversation where you became my problem. Don't leave us here. Please. Come on. Make it fast. Fuck me. Come on. Come on. Hurry. Me. Come on. Come on, man. One good jump. No. Me. Me. Hurry. Come on, Lee. Get your ass out of there. Ah. Can't get it open. Here. Use that to pry it open. Ah. Das man ja alles selber machen muss immer. Also manchmal ist ja dieses Spiel auch ein bisschen... Naja.